Hi, wir sind Physi-Sense und mit unseren Smart Textilesensoren verwandeln wir normale Autositze zu Gegenständen der Zukunft. Wir sind hier in der Digi-Church, das ist ein Arbeitsplatz, wo der Mittelstand und Start-ups gemeinsam an der Digitalisierung arbeiten können, Netzwerken können, sich austauschen können und gemeinsam die Zukunft gestalten können. Wir sind ein Start-up aus Aachen und in diesem Jahr stellen wir auf dem Gemeinschaftsstand der Stadt Aachen auf der Start-up-Con in Köln aus. Wir wollen viele Leute treffen, unsere Produkte bewerben und neue Partner finden.